Hallo, ich bin Beatrice. Ich bin jetzt ganz neu und ganz frisch hier in Weihe am Theater und freue mich auf eine tolle Zeit in der Toskana, denn das erste Stück in dem ich spielen darf heißt geteilt durch drei und ich hoffe, dass wir den Sommer noch ein bisschen in die Verlängerung schicken mit dem Stück. Da spiele ich Lena, die Gutsverwalterin, die so ein bisschen versucht, unsere Figuren, die Mitstreiter, auf den richtigen Weg zu bringen. Ich bin Schauspielerin jetzt hier ganz frisch am Weihertheater und Sie kennen bestimmt das Weihertheater. Wer wirklich mal von Herzen lachen möchte und einen tollen Abend hat mit guter Laune, der kommt hierher und ich hoffe, dass ich auch irgendwie jetzt ganz neu und frisch die Leute erreichen werde, denn Menschen zum Lachen zu bringen, das ist meine Leidenschaft. Ja, ich bin jetzt schon seit vielen Jahren Schauspielerin, auch speziell Komödien mag ich sehr, sehr gerne und ich hoffe, ich kann sie mitnehmen in die Toskana im nächsten Stück. Auf Wiedersehen! Wir sehen uns beim nächsten Mal!